Wir kennen alle dieses Gefühl. Du schaust deinen Lieblingssport. Fußball, Basketball, Hockey. Deine Mannschaft liegt zurück, die Spannung steigt, die Uhr tickt. Dann der eine Wurf, der finale Schuss. Das alles entscheidende Tor. Sieg! Adrenalin und Freude pur. Stell dir nun vor, du hast auch noch ordentlich Geld dabei verdient und das beinahe jedes Mal. Unmöglich, sagst du? Nein! Seacode System ist kein Kurs oder ein reines Wettsystem. Seacode ist ein Phänomen. Wir helfen seit 2009 nicht Hunderten, sondern Tausenden von passionierten Sportfans, ihrem Hobby zu frönen und damit Geld zu verdienen. Konstant und mit System. Seacode ist eine Familie von eingefleischten Sportfreaks mit jahrelanger Erfahrung im Sportwettenbereich, die mit den besten Tools ausgerüstet, sich gegenseitig helfen, mit deinem Lieblingshobby Geld zu verdienen. Freundschaften werden geschlossen, Erfahrung wird gesammelt, Man tauscht sich aus und benutzt die Tools. Über 120 verschiedene Tools und Indikatoren, wobei stetig Neues hinzukommt und verdienen damit erfolgreich Geld. Und das seit über 10 Jahren. Aber glaub nicht uns. Google uns doch mal. Seacode ist, wenn es um Sportwetten geht, berühmt und bei Buchmachern berüchtigt. Hunderte echter Reviews und Erfahrungsberichte können nicht irren. Deshalb zögere nicht und sei mit dabei. Unser weit über 1000 stetig wachsender Mitglieder stammen an Handicappern, darunter auch einige sehr erfolgreiche Ex-Profi-Sportler aus NFL, NHL und Fußball warten auf dich und werden dich unterstützen. Im Team ist vieles einfacher. Gewinnen ist nicht alles, aber gemeinsam und konstant gewinnen, das macht schon Spaß. Hör auf zu wetten und investiere in dein Hobby. Du kommst zu einem Schießduell auch nicht mit einem Taschenmesser. Seacode ist mit das Beste, was der Markt an Analyse-Tools und Sportsystemen zu bieten hat. Mehrfach prämiert und ausgezeichnet. Und bei uns kommen die Menschen, um zu bleiben. Es wird Zeit, den Spieß umzudrehen und mit dem richtigen Mindset einer starken Community und den besten Tools gemeinsam Fortuna ein Schnippchen zu schlagen. Schließ dich uns an, sei mit dabei und werde ein erfolgreicher Seacoder noch heute. Untertitelung des ZDF, 2020